futurismus visionen die absolute kontrolle verhindert nicht dass daten undicht werden der mensch steht dem hilflos ausgeliefert gegenüber unsere köpfe speichern passwörter statt gedichte menschen rennen grußlos an dir vorbei mit toten gesichtern vertrauen ist grundsätzlich nicht gegeben und ist eine mutprobe begegnung findet statt in form von ignoranz oder gewaltvollen kontakt inkompetenz wird belohnt mit fehlbesetzung respekt ist ein fremdwort sowie auch zugewandtheit liebe wird ausgetauscht gegen geschäftsmäßigen sex die frau als dixi klo allzeit verfügbar für die männliche notdurft es herrscht eine eises kälte in zeiten der erderwärmung die neuen gladiatoren tragen neben ihrer haut auch ihre seelen zur schau menschenrechte tierwohl kinderschutz existieren nur auf dem papier aber meine botschaft an die jungen menschen ihr seid nicht die letzte generation lasst euch die hoffnung nicht nehmen auf eine schöne neue welt pflanzt bäume schafft kinder tanzt singt lacht weint und öffnet eure augen das leben ist schön rutschiefenbusch am 17 januar 2023